Ah, das könnte man auch haben zu machen. Ah, du, die Zieren wären nicht schlecht. Zack. Oh, Tageslicht. Wenn wir die andere Seite auch... Können wir das heißen, dass die Elemente... Dass das Elemente, wo stehst, entschmelzen? Das ist aber sehr schnell gepeilt, ihr Zelo. So, mit auch viel Energie. Aua. Na, bewegt ihr euch auch? Nö. Gott sei Dank. Na, kommt Ruhe. Und noch ein Verkwenz. Die werde ich echt nicht los. Also, bitte. Ist das alles? Ah, da unten sieht es schon ein bisschen interessant aus. Ist da noch ein Tor in diesem Raum? Nein. Da sind nur Vasen. Ich werde mich nicht für zwei Vasen mein Leben riskieren. Okay, wir brauchen einen Schlüssel hier. Und noch eins tiefer. Ja, damit haben wir jetzt den... Das Dach über uns zugemacht. Jetzt können wir den Hebel hier umlegen. Jetzt den da unten. Damit war ich an die Truhe rankommen. Ah, ich dachte, das hätte Minibossraum. Aber auf der Karte ist er viel zu klein. Miniboss, der kommt gleich. Ja. Aber ich habe schon die richtige Waffe. Flop, 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 Flop. In Lauf. Bis was kommt. Wackelpudding XXXXL. Sein Bruder im Waldtempel, der war ja schon schwach. Öh. Und dieses Pikachu. Jetzt. Autsch. Ha-ha. Na komm, gib rum. Mann, der macht es sich schwer. Au. Alter, verzieh dich. Grill dir jemand anders, aber nicht mich. Okay, wenn er... Seine Blitze schießt, die, ey. Ist auch ein Torunbaum. Ich hasse... Ich hasse die elektrischen Blobs. Mehr als die normalen. Wir haben ja schon nichts Awakening-Probleme ohne Ende gemacht. Na komm, mach den Blitz aus. Da ist Stromverschwendung, Junge. Da ist Stromverschwendung, Junge. Neu. Autsch. Neu. Neu. ... Neu. Und gib um, damit wir was hin zu uns bringen können. Na also. Im Vergleich zum letzten Mal, da habe ich mich recht gut angestellt. So wie es sich halt für mich gehört. Und die Lampe, sehr praktisch. Einfach mit dem Knopf ein- und ausschalten. Toll. Ganze Licht mitmachen. Ganz hell zu schreiben können. Aber wir können mehr als nur Licht anmachen. Wir können Eis schmelzen. So, was gibt es hier noch zu erkunden? Ja, den Raum da oben. Hier den Bereich. Na und das war's. Jetzt kommen wir an die Drohne hier. Mit 100 Robinen. Geil. Oh weih, wieder diese kleinen... Aua. So. Vielleicht soll ich mich ein bisschen besser dabei anstellen. So wie jetzt. Arsch, ein bisschen lässig, um dunklen gegen Gegner zu kämpfen. Ja, die Gegner wollen hier mal wieder rumnerven. Mensch, fliegende Gegner sind doch hier sehr, sehr lästig. Egal, hier haben wir einen Fragment zur Belohnung. Double Kill für... Hm, Bomben. Schauen wir mal. Auweih, wie viele Schuhen gibt es in denen hier rum, ey? Obwohl in dem Raum gibt es nichts. Da ist auch ein Geheimraum. Man muss zum Spaß, ey. Nein, es gibt einen Schlüssel. Okay. Und noch eins. Doll. Jetzt sind mein Tauschpartner dafür. Ich komme mir vor wie Pac-Man. Haben wir schon so viele Truhen abgegrast. Nur noch drei Stück. Oder? Zwei. Hier haben wir den Schlüssel, von dem wir gebraucht. Okay. Egal. Hatte ja schon ein bisschen schwieriger. Ah. Hier entlang. Was nun? Ah, vielfältigung wollte ich versagen. Ah. So, da hoch. Nein, runter. Und jetzt. Nochmal du fixierst. Das halt mal. Okay. Schauen wir uns hier mal um. In jedem Fall brauche ich drei Felder Platz. In jedem Fall brauche ich hier auch. Mal den Block da unten. Und du musst auch weg. Okay. Oh. Äh. Oben oder unten? Hoppla. Dann darf ich jetzt mal hier oben stehen. Nein. Falsch.